Die Revolution des Handymarks Nie dagewesene Möglichkeiten Unglaubliche Liebe zum Detail Das Schrott-Phone Zwei Octa-Caur-Schrott-Prozessoren mit 4,8 GHz-Takt und eine übertaktete Nvidia GVs 970 IE sorgen für High-End-Performance Ein 16K Retina-Display sorgt für Kino-Feeling Die Rückseite ist mit dem Emblem des besten YouTubers der Welt geschmückt und ist in einer Metall- und Kunststoff-Variante erhältlich Das Handy hat zwei Kameras Eine für Schrottige Momente mit iPodouch-Niveau und eine High-End 25 Megapixel-Kamera Tolle Apps wie Schrott-Honne oder iTunes Adventure sind vorinstalliert Aber kein Problem Das Gerät hat ein Petabyte-Speicher Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020